Willkommen zurück zu Conker Live & Reloaded im Kampf gegen die U-Boote. Die Teddys sind fast erledigt, aber fast heißt eben nicht. Die letzten paar Akte müssen wir noch durchhalten. Beziehungsweise das könnte jetzt schon das große Finale sein. Habe ich auch so in Erinnerung. Es gibt ein kleines Mädchen in der Mitte des großen Raumes, wo wir sind. Ey, zwei auf einen Streich. Und die wollen wir retten und tja, diese U-Boote mit ihren Missiles gehen uns ganz schön auf den Schnürsenkeln und deswegen weg damit! Ja, ihm geht's nur ums Geld. Wir kennen das doch. Ach, bittere Wahrheit. Ein Held der ganz anderen Sorte. Haben wir irgendwo noch Schokolade, weil die brauchen wir? Nee, wir haben volle Energie, wundert mich. Hallo, los geht's! Oh, I'm so, so happy. I'm going to see my mommy and daddy again. Yeah, 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 okay. Come on. Let's try and get you out of here. Huh? What the? Oh, you guys! No! 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 Oh! Oh! Do you know, I'm so blech, Darth-Headed? What? I don't have a daughter. Oh, 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 yes, Mr. Squirrel. Das ist auch aus irgendeinem Film, aber fragt mich nicht, kenne ich jetzt nicht? What the hell? Okay, dann bin ich wieder, sorry, aber ich bin total erkildert und wenn ich einen Niesanfall habe, dann sollte man nicht mit mir rechnen. Was müssen wir denn treffen? Der rote Punkt sieht schon mal gut aus. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Boah, Alter. Vielleicht die Kanonen abfeuern. Dann sind sie nämlich kaputt. Und die Sache hat sich erledigt. Psycho-Party. Der rote Punkt da unten, der sieht gut aus. Geh weg! Panzer! Schneller! What the hell? Wir beeilen uns mal ein bisschen. Und? Hi! Wie geht's? Was wirst du tun? Energie abziehen. Sonst keine Hobbys, oder? Und dann in den roten Punkt. Ach genau! Aber es ist schon schwierig, so zu steuern. Oh Mann! Ja, mach mal kaputt, kein Thema. Ich wollte jetzt aber nur nicht nach hinten ins Wasser fallen. Kinder! Jetzt erzählen alles nochmal. Das mach ich nicht mit. Bestimmt nicht alles. Wo ist der Panzer? Wo ist Bamboo? Ich bin so... Ja, ja, okay, gut. Panzer! Panzer! Wow! Hahaha! Alter! Wo ist der jetzt, Bamboo? Hi, Bamboo! Bambolini! Ah ja, gut. Jeh! Wow! Dann, noch jemand! Das hätte fast der erste Treffer sein können. Schön. Und dann... Auf die verdammte Puppe! Ha! Du triffst! Shit! Ich komm nicht fort hier. So, und dann... Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Schnauze! Das war's! Das wollte ich! Komm, Lektion 2, da mit einer komischen Unterrichtsstunde. Einer direkt fort und der andere... Boah, das tötet uns sofort! Ach so! Ich dachte, das letzte Mal wär's gewesen, weil ich so wenig Energie noch hatte! Der Laser tötet sofort! Das ändert natürlich so einiges! Ach, komm schon! Let's go! Der Anfang ist ja nicht wirklich schwierig, wenn man's weiß. Da haben wir den Bombo! So! Ektion 1! Ja, ja, ja! Bla, bla, bla! Tschüss, Mann! Bevor die anfangen zu feuern, kann man eigentlich schon gut anfangen und, ja, hab dann die halbe Miete! Shit! Oh, Mann, ey! Immer dasselbe Quark da! Entgegen der Richtung... Oh, Mann! Schnauze, ich muss... Oh, fuck! Das ging nicht gut! Dann müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen so... Tschüss, Mann! Oh, tschüss, Mann! Komm schon! Oh, yeah! So hab ich's gerne! Rein in die! Rein in die! Na gut! Und jetzt aufpassen mit dem verfickten Laser! Yeah! Gerade machen! Und du bist wieder dran! Komm schon! Yeah! Geile Sache! Komm, was drückt das Krasse auch noch drauf und dann... haben wir beide unseren Spaß gehabt! Nein, nein! Auf keinen Fall! What the hell! What the hell! What the hell! Boah! Habt ihr das gesehen? Boah, ey! So, jetzt hab ich gleich mal geskippt zur dritten Runde! Hab den Laser etc. schon erledigt! Jetzt kommen wir wieder zu den Raketen, die abgehen! Mann! Feuer einfach, Konker, Mann! Boah, der weicht aus mit dem! Yeah! Jetzt nur die Probe waren! Boah, Bullshit! Nein, 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 nein! Und tschüss! Langsam langweil! Tschüss! Oh, fuck! Ja! Komm, lass es gewesen sein! Er ist da unten! Komm! 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 Oh nein! Was jetzt noch? Die da! Shit! Was stell ich mit euch an? Oder was tut ihr? Wow! Keine Chance! Keine Chance! Keine Chance! Oh, oh, der... Der Tank ist weg! Well, er hat uns auch gut geholfen. Rodent? Rodent? Oh, nein! Oh, nein! Er hat es geschafft! Er hat es geschafft! Er hat es geschafft! Er hat es geschafft. Er hat es geschafft! Wie die resten uns. Aber zumindest haben wir die Frau gezeigt, die Boss ist. Mr. Squirrel! Ach so, was? The show's not over till the little girl things. Oh, wassit? A little red button. I think I'll press it. Oh, and what's that? Lovely countdown. I wonder what's going to happen now. Self destruct. Give me strength. Sehr, sehr schön. Und weiter geht's im nächsten Part. Also, bis dann und ciao. So... ... ...